Wir sind hier in Aardberg und wollen jetzt mal schauen, wie es hier aussieht, weil hier gibt es noch eine alte Holzbrücke und die suchen wir jetzt. Vielleicht ist auch das Städtchen noch ganz nett. Also bis später. Ich habe mir sie schon gefunden, die alte Holzbrücke. Ich habe sie schon gefunden. 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 Das ist ein Motorradfahrer. Es ist so, dass ich nicht nur einen Schnellen kriege. Ich bin welche. Ich bin welche? Ich bin ein Fröhliches. Ich bin der Bröcke. Jemand, ob ich das hier bin? Ich bin der Bröcke. Ich bin der Bröcke. Ich bin der Brüge. Ich bin der Brüge. Sieht ja cool aus hier. Ne, weiter und schiebt den hier nicht. Ampere, ja. Hanna, komm, lasst dann. Wir gehen hier noch über die kleine Holzbrücke ohne Autos. Ah, komm, los, los. Da, na, na. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, vielleicht wie ihr es jetzt hören könnt oder sehen könnt an der Scheibe, hat mir jetzt echtes Glück. Wir kamen jetzt gerade vom Spaziergang zurück von Ahrberg. Meine Hunde sind im Auto total müde, die haben schon Wasser und Futter gekriegt und jetzt sind sie am Schlag. Wir kamen jetzt gleich zum Spaziergang. Vielen Dank.